So, heute gehen wir auf den Klo, wieder zum auskotzen, wieder zum auskotzen, heute hier auf dem Klo, heute, und das waren jetzt, genau, Lieder zum ausscheißen. Wot's eb wird falsch behandelt, echt ja, dann fett, gute Nacht, guten Morgen, für Morgen, für Morgen, für Morgen, so, gute Nacht und guten Morgen, für Morgen, für Morgen, so chatte ich mit einer Person jahrelang. Für Frauen bekomme ich keine Antwort. Die Menschen erzählen ihr Leben, von ihr Leben. Wenn ich über WhatsApp was mitteilen möchte, dauert es eine Woche, bevor ich eine Antwort bekomme, Jahre für eine Antwort. Ich Wurzel, Tommy, lass mir nichts gefallen. Bombig, Streitsüchtige, und die Gesten, die, nochmal, und ich Wurzel, Tommy, lass mir nichts gefallen. Und wo mich auf der Straße begleiten, kann ich dafür ein Liedlein, ein Liedlein singen. Mit Schlagfertigkeit werde ich, in brutaler Weise, von Sekunden, wie eine Pampgang aus meiner Fresse heraus mit Worten an diese Menschen, an mich auch richten. An ihr Gehirn, an ihr Gehirn, anschießen und bombardieren, verfickt nochmal, seid freundlich, respektvoll, liebevoll, zueinander, zueinander, grundsätzlich nimmt man sich da auch dann vor. So pompige Menschen, so pompige Menschen, die nehmen die Fresse, ah so voll. So spül ich diese widerliche, bösartigen, dreitigen Menschen ins Klo. So nehm ich die Spülung und spül's runter, da wär, da bin ich dann in der Art und froh. Seid's freundlich, hab ich gesagt. Seid's freundlich. Und jetzt diese widerliche, pampige, streitsüchtige Wichser. Spül ins Klo. loh. boh! boh! Mh! Untertitelung des ZDF, 2020